Like a Hellcat! Richtig geil. Okay. Oh, der ist aber schnell. Nein! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jetzt muss ich mal aber hier ein bisschen mit der... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Jetzt muss ich mal aber hier ein bisschen mit der... Der Lebensenergie ein bisschen hauswirtschaften. Hm. Hm. Da ist ne Kiste. Hätte ich beinahe übersehen. Zu klein war sie. Okay. Jetzt hier irgendwas? Ne, ne? Aha. Wahrscheinlich auch nicht. Aber hier gibt's was. Da hinten lag was. Zu geil. Ja, okay. Ja, okay. Da hinten geht's auch nochmal lang. Ach, einfach nur, um da hinten hinzukommen. Ja, okay. Das brauchen wir nicht. Brauchen wir das? Nein. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum ich da nochmal zurückgehen sollte. Okay, weiter geht's. Komm, Junge. Geil. Geil. Geil, die Welt. Ja. Ich schaffte das. Geil. Okay. Okay. Hoi. So. Da ist noch ne Kiste. Sehr geil. Ach, hier, ja. Bei dem Riesen, wo wir den zuerst gesehen haben. Muss ich mal sagen. Was ist das denn jetzt? Okay. Auf geht's. Zurück zu dem Zwerg. Da sind wir. Was habt ihr gefunden? Deinen Alchemisten. Tut mir leid, Block. Die Hand war alles, was wir gefunden haben. Mit dem Ring. Da drin war ein Seelenfresser und... Er muss den Rest von ihm verbrannt haben. Ihr wollt sicher immer noch einen Lohn für eure Müden, hm? Natürlich. Natürlich. Sagt er. Mionifroxi. Okay. Axtknauf. Wir gucken mal einfach mal, was wir so gefunden haben. Guck mal, das ist doch schon mal besser. Ach, krass. Ich seh grad, wir können die Attacken auch nochmal verbessern. Was? Die ist geil, die Attacke eigentlich. Die ist aber auch nicht schlecht. Angriff des Bären? Nee, das finde ich nicht so geil. Oh, so ein Ring. Das ist auch geil. Unangriff? Hm. Das ist geil. So einfach mal im Umkreis. Umherum. So, wie kann ich das denn? Beschwirt eine... Dreimal... Gedrückt halten. Vier gedrückt halten. Natürlich. Vier gedrückt halten. Oh. 3000 Erfahrungspunkte. Um das zu verbessern? Nein. Sehe mir diesen Ringer mal näher an. Vielleicht hat Antwari ihn mit Magie erfüllt. Sie haben einige Flangen. Das sind Gegenstände, die sich zum Schlag hinterlassen. Drücken sie. Zwerge und magische Edelsteine sind wie Fliegen und Schweinedärme. Die ganz zarten. Ih. Ich will's gar nicht so genau wissen. Habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Okay. Wow. Plus 18. Vergessenen Herzen. Ah. Wow. Plus 20. Das nehme ich. Das wird sowas von hergestellt. Geil. Ausrüsten. Passt auch irgendwie viel besser zu dem... zu dem Aussehen, ne? Jetzt gucke ich mir mal mit Panzerhandschuhen an. Kronen werden immer schlechter. Egal. Komm. Stärke ist alles. Okay. Hüfte. Wenn schon, wenn schon. Alles... aus einem Guss. Hm. Geile Dinger. Aber... keine Kohle mehr dafür. Gar keine Kohle mehr. Was er auch für alles Kohle haben will. Dieser kleine Geizkragen. Na gut. Wenigstens habe ich Kratos ausgerüstet. Ähm. Wartet mal. Ich habe hier doch noch eine andere Sache. Fafnius. Da. Lass mich dich verfolgen. Wow. Das ist nämlich die andere Aufgabe von dem anderen kleinen Zwerg. Sigurd. Wie hieß der? Sigi. Irgendwas mit Sigi. Alter. Wo ist das denn? Wo ist denn seine Nebenaufgabe? Oh. Oxlade. Achso. Ne. Das ist das Falsche. Im Sinne des Sees erkunden. Oh. Hier ist aber ziemlich viel. Alter. Was? Wie komme ich denn da hin? Wafnius Hort. Okay. Da muss ich an der Schlange vorbei glaube ich. Ich glaube das wird noch nicht gehen. Hm. Hm. Komm Junge. Vielleicht sollte ich doch ein paar andere Aufgaben nehmen. Was ist das Tor? Da ist das Boot. Achso. Zu dem Riesen können wir zurück stimmen. Da ist auch ein Schatz vergraben. Jetzt bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich werden sie nur mit dem äh... durch diese Schatzkarten aufgedeckt. Schade eigentlich. Dass man die nicht einfach so finden kann. Das ist die Weltenschlange. Das sieht so geil aus oder? Hammer. Kannst du noch mehr kurze zwecklinige Geschichten? Mal schön. Da war einmal ein Pferd. Das Pferd wollte sich an seinem Feind rächen. Einem Hirsch. Doch es konnte ihn nicht allein töten. Das Pferd traf einen Jäger und sie schlossen einen Pakt. Es ließ sich Zaunzeug anlegen und erlaubte den Mann auf seinem Rücken zu reiten. Gemeinsam töteten sie den Hirsch. Und das Pferd bekam seinen Sieg. Doch der Jäger ließ das Pferd nicht frei und machte es zu seinem Sklaven. Also kostete seine Rache es die Freiheit. Hoffentlich war es das wert. War es nicht. So, beim Riesen hieß es. Ist ein Schatz. Da wahrscheinlich. Auf der anderen Seite. Oh, oder hier. Hier ist auch was. Sehr geil. Rot und aufgebläht. Aber hier war auch noch irgendwas. Guck mal. Was ist das? Nix. Hacksilber. Aber viel Hacksilber. Auch gut. So. Was gibt es denn noch für Ziele? Schatzkarten. Der Schiffskapitän lag im Bauch der Hydra. Ach, das ist der erste Teil gewesen. Wie geil ist das denn? Äh. War. Was. Und der Schlüssel war meiner. Ich brauch zu einem neuen Land auf. Aber mein Schiff versank. Und damit der Schlüssel. Er schläft direkt unter den Wellen auf einem Unterwasser Gipfel. Königreich des Jägers. Oh, das kommt mir bekannt vor. Mots. Motsognir. Herrscher über Mann und Bestie. Ich besuchte ein Königreich, um zu sehen, ob er alles zum Schmieden der legendären Rüstung hatte. Aber. Ich sah nur Tod und Leid. Diese Gabe ist für all diejenigen, die unter des Zwergenkönigsweg zum Ruhm litten. Hm. Keine Ahnung. Okay. Hier gibt es natürlich auch viele Herausforderungen, die wir hier angehen können. Zum Beispiel hier. Die Augen und Ohren. Genau. Die Raben zu töten. Das gibt natürlich viele Erfahrungspunkte. Fafnirs Hort. Okay. Offene Angelegenheiten. Feuerscheinen entzünden. Mit den Geistern reden. Weltmuspelheim. Sprachschilfe vervollständigen. Ja. Den werde ich glaube ich nicht... Den werde ich nicht finden können so schnell. Den Fafnir. Irgendwas sagt mir, dass ich das später machen sollte. Nein. Ich mach das später. Irgendwann mal. Wenn die Welt hier weiter erkundet ist. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Und weiter zum Berg wieder. Machen wir mal wieder ein bisschen... Ach komm schon. Komme ich da nicht hoch? Och. Enttäuschend. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ja, das Wasser geht nochmal runter. Das weiß ich. Stimmt. Also man... Also man... Ihr dürft auch nicht alles sofort hier erkunden. Weil einige Bereiche sind einfach zu stark. Ich weiß es noch. Ich habe irgendeinen der Türme. Da gibt es Herausforderungen. Da gibt es so Potale, die ihr eröffnet. Da holt ihr einen Gegenstand raus. Ähm... Und da kämpfen... Und da kämpfen... Da, auf diesen Türmen meine ich. Ähm... Und da müsst ihr mehrere Gegner bekämpfen. Und einige Türme könnt ihr noch gar nicht machen, weil die einfach zu krass sind. Viel zu stark. Was war das? Arbeit. An der Torstatue sind wir vorbeigerudert, als wir von der Hexe kamen. Und welche Richtung ist das? Es ist Vormittag. Die Sonne ist da drüben. Also... Ist das Süden? Südwesten? Gut. Gut. Boah! Ist das geil. Wo kommen die immer her, ey? Oh! Ist das geil! Hammer! Okay. Kann mir das helfen? Okay. Hier auch nicht? Okay. Ist das geil. Den Angriff wollte ich unbedingt ausprobieren. Okay. Guck mal. Was hat mir das gebracht? Nichts, oder? Wir sollten wirklich mit einer Chiffre wiederkommen. Mhm. Hm? Da. Oh, okay. Das sind die Potale, die ich meinte. Wow! Oh, Level 6! Boah! Da ist noch eine Hexe! Was? Ja. Okay. Das ist das, was ich meinte. Ihr könnt am Anfang nicht einfach alles, ähm... schaffen. Ihr braucht ein gewisses Level. Also, das mache ich jetzt nicht nochmal. Sieh mal! Die Magie der Hexe verdeckt die Hohenstangen noch. Ja, cool. Das spart uns Zeit. Das muss ich mir merken, dass da so zwei kleine Hexen sind. Guck mal, da ist jetzt auch ein Stein, stimmt. Jetzt weiß ich auch, wofür das ist, aber wo ist denn der Stein dafür? Hm. Interessant. Okay. Ja, da gehe ich jetzt. Ach, da liegt er doch. Oh. Das... Tappt nochmal. Komm, ich gehe hier runter. Die Geschichte schalte ich schnell noch frei. Alter, ein Schlag von der Hexe und ich war tot. Heavy. Level 6. Ich bin grad mal Level 2 durch meine Ausrüstung. Junge. Junge. Gut zu wissen. Interessant. Komm, Junge. Wir müssen weiter. Okay. Wissen hinzugefügt. Für alles kriegt man so ein kleines bisschen Erfahrungspunkt. Das finde ich gut. Ist nun doch ein bisschen anders gemacht, das Rollenspielsystem, ne? Während man in anderen Level, äh, Spielen, ähm, stetig aufsteigt und, ja, die ganze Zeit permanent sieht, dass man auch sich verbessert ist, ist es in dem Spiel doch ein bisschen anders. Ich hab nicht das Gefühl, irgendwie stetig stärker zu werden. Oh mein Fafnir, zwischen Ehrgeiz und Gier liegt nur ein schmaler Grad. Ja, 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 deinen Fafnir, den mach ich noch irgendwann. Hol ich dich. Ach, Wölfe gibt's auch. Okay. Boah, die sind aber gar kein Problem. Okay. 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 Hab ich mich hier umgeguckt? Ich hab's doch auch irgendwas. Ah. Ah. Krieg ich nicht kaputt. Nee, krieg ich auch nicht kaputt. Oh, oh. Jo, dann, auf zum Berg. Hälfte der Zeit haben wir. Oh, komm, ein bisschen schneller muss das noch werden. Vater, könnte, könnte ich sie jetzt tragen? Nein. Aber... Ich sag dir nein. Ist gut. Der arme kleine Junge. Das sieht super geil aus, ne? Mit dem... Gesicht. Richtig geiles Design. Was die sich mit den Fällen ausgedacht haben. Das weißt du sicher besser als ich. Danke. Jetzt sei vorsichtig. Sorglosigkeit kostet uns Nutz, sagt. Klar. Wieder der schwarze Atem. Was machen wir? Wir schauen, ob die Hexler recht hatte. Geht nicht. Dafür brauch ich andere Waffen. Okay. Gucken wir mal. Atreus. Folge mir. Es funktioniert. Sie hatte recht. Komm, bringen wir's zu Ende. Jetzt bin ich mal gespannt, was mich da auf der anderen Seite erwartet. Ich meine mich aber auch erinnern zu können, dass ich den schwarzen Atem komplett auslöschen kann, quasi. Dass er nicht mehr hier ausgesondert wird von dem Berg. Ich bin aber nicht so sicher. Ich bin aber nicht so sicher. Nichts leichter als das. Für einen Gott. Mutter meinte, die Riesen hätten die Berge von Midgard oft besucht, bevor sie verschwanden. Verschwanden? Ja, sie waren eines Tages einfach weg. Niemand weiß warum. Vielleicht sind sie zurück in ihre Heimat. Nach Jötenheim? Vielleicht. War das Gesicht im Berg wohl die Irren eines Riesens? Könnte sein. Okay, dann. Auf geht's. Das ist geil gemacht hier, ey. Erinnert mich aber auch so ein bisschen an den dritten Teil. Wo er den Kopf von Helios dazu benutzt. Um die Wege zu erleuchten. Oh, das ist jetzt geil. Das ist jetzt geil, stimmt. Voll vergessen. Kein Sklav im Land. Hört meinen Ruf. Hat mich je gekannt. Ich brauche noch einen zweiten Stein. Oh, die sind Stufe 3 schon. Okay. Oh, wie ist der denn da rauf gekommen? Hm? Ach, der Stein. Okay, das heißt wir müssen da irgendwie hoch, oder? Ist das Harz in einer Höhle? Seltsam. Okay. Okay. Dieser Ort muss dem Riesen wichtig gewesen sein. Offenbar prüfen sie uns. Ja, das sieht gut aus. Geboten, Junge. Es ergibt keinen Sinn. Irgendetwas fehlt. Das fehlt hier. Hm. Ist das die Antwort? Freiheit. Klar, das passt. Na dann. Tipps ein, Junge. Was soll ich denn machen? Der lässt nicht los. Lass los, Kratos. Hallo? Hä? Ich kann nichts machen. Was denn jetzt los? Oh, komm schon. Ernsthaft? Das geht so nicht. Ist das hängen geblieben? Oh. Ernsthaft. Bisschen gedauert. Ich hab schon gedacht, ich müsste neu laden. Wow. Voll geil. Aber da hinten ist eine Kiste. Wie komm ich denn da hin? Es muss auch einen Weg da herüber geben. Soll ich den Kristall im Fackelhalter zum Leuchten bringen? Natürlich, Junge. Besser, oder? Erst nach unten, dann nach oben. Du! Okay. Diese Genne sehen zu eng für Riesen aus. Warum lachst du? Oh. Du meinst das ernst? Ich meine es immer im Ernst. Ganz vergessen. Mutter sagte immer, Geschichte interessiert dich nicht. Riesen sind nur ein Volk, die Alben oder das Hildefilg. Sie müssen nicht groß sein. Und die Weltenschlange. Na gut, in dem Fall heißt Riesig tatsächlich groß. Aber es gibt ja nur einen. Okay. Alter, wo geht's denn hier lang? Was ist das für ein Irrgarten? Ui. Nice. Ja, nicht so nice. Oh, warte mal. Was? Ich hab neue Rüstungen entdeckt? Achso, das sind die, die ich gekauft habe. Ernsthaft? Na gut, okay. Okay. Es geht hier dann nach links weiter. Komm, Junge. Oh, diese Echsen jedes Mal, ne? Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit. Komm schon. Ja, Mann, jetzt. Das ist so geil. Okay. Definitiv. Die ist hinüber. Das war's? Ich dachte, die wären härter. Ich bin noch nicht so weit. Es lohnt sich doch immer wieder umzugucken. Achssilber? Fast 2000 Stück. Mega. Ja. Na gut, wofür brauche ich diese Rune? Wofür brauche ich diese Rune? Das muss doch irgendeinen Sinn haben. Okay, da hinten ist auch noch einer. Boah. Boah, Junge, ist das geil aus. Boah. Wow. Jedes Mal ein bisschen anders. Boah. Boah. Alter, ist das geil. Das Kampfsystem feiere ich auf jeden Fall. Mega gut gemacht. Macht einfach jedes Mal Bock. Eigentlich total simpel, aber das ist echt genial. Macht so Bock. Boah. Boah, hast du was gewusst? Hab ich gesehen, Junge. So. Was gibt's hier noch? Oh. Das ist Stufe 4. Das wollte ich mal ausprobieren. Boah. Boah, ist schon den Schädel gespaltet. Tch. Die Reaktion vom Jungen ist immer geil. Okay, aber ich weiß immer noch nicht, wo ich die Ruhm verwenden kann. Müsste ja hier irgendwo in der Nähe sein. Okay, geht's da lang weiter? Oder da lang? Alter, das ist echt... Warte mal. Guck, ich hab 1, 2... Hm. Ah, okay. Okay, ey. Natürlich. B... BNL. Würde ich sagen. Okay. Ist das schon N? Ich würde sagen... Okay, das bleibt. Aha. Wo ist denn das dritte Ding? Ist das dein Ernst? Ah, zu viel, glaub ich. Ups. Okay, das ist schon mal weg. Oh. Ah, ich brauch den Kristall. Schade. Mein Kristall brauch ich. Oh. Oh. Okay, nur noch B, M, R. Wo könnte das sein? R, auf jeden Fall. War nicht hier irgendwo noch 1? Nee. Das war das N. Alter, wo ist denn das dritte Ding? Oh, da ist eine Kiste. Komme ich denn da rüber? Was? Hä? Interessant. War hier irgendwas? Nee, ne? Scheiße. Gibt's doch gar nicht. Da geht's auf jeden Fall weiter. Verdammt. Hä? Das ist bestimmt jetzt hier irgendwo. Ich hab's einfach nicht... Da oben. Leck mich doch. Komm. Na? Na also. Oh. Okay. Ein Horn. Na. Apfel wär mir lieber. Guck dir das an. Nicht so ein Ding. Verflucht. Schande. Halbe Stunde haben wir erreicht. Komm, das mit dem Kristall mach ich doch. Komm, Kratos. Gib Gas. Sammle ich gleich ein. Ich weiß gar nicht. Ist das relevant? Aber ich denke mal, dafür kriegt man Erfahrungspunkte. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass man dafür Erfahrungspunkte kriegt. Ich hab auch gerade überlegt, ich hätte eigentlich meinen Speicherpunkt von der Playstation 4 rotieren können. Ich glaub, der funktioniert auch. Dann hätte ich ein neues Spiel plus anfangen können. Das muss ich mal lesen. Wär besser gewesen. Dann hätte ich meine volle Ausrüstung. Dann hätte ich hier gegen alle Widrigkeiten, glaub ich, weniger Probleme. Aber wie man dann in die Kiste da hinten kommt, das ist mir ein Rätsel. Das ist... Keine Ahnung, ey. Das ist echt interessant. So. Wir sind bei einer halben Stunde schon angekommen. Und dementsprechend muss ich leider Schluss machen, Leute. Sorry, wenn ich nicht so viel Dingens hier Fortschritt mache. Aber in der nächsten Folge. Dann sehen wir wieder ein bisschen mehr hier vom Berg und von Kratos und Atreus. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, Leute. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.